Hallo, ich bin Paolo und ich erzähle euch heute was zu Nix, beziehungsweise eigentlich erzähle ich euch gleich dreimal Nix, nämlich was zu Nix, zu Nix Packages und zu Nix OS. Was ist dieses Nix? Nix ist ein Paketmanager, ein Buildtool und eine funktionale Programmier-, Paketier- und Konfigurationssprache, also auch direkt wieder ganz vieles in einem. Diese Programmiersprache, wie kann man die sich vorstellen? Ja, nicht so super spannend wie die meisten Programmiersprachen, die ihr kennt. Es gibt da Integer, es gibt da Zahlen, es gibt da Strings, es gibt da Funktionen, Listen, Datentypen, alles was man irgendwie so kennt und man kann damit auch programmieren, aber was man damit auch machen kann, was eigentlich viel spannender ist als Sachen zu programmieren, ist man kann damit Software paketieren und man kann quasi Anweisungen sehr präzise und sehr kurz schreiben, wie man denn bitteschön irgendein komplexes Software System am einfachsten kompiliert und dann paketiert für eine Linux Distribution. Hier zum Beispiel sehen wir die Paketierungsanweisungen für das GNU Hello Projekt. Das ist ein relativ einfaches C-Programm und wir sehen, okay, das Ganze heißt irgendwie hier Hello und es hat eine Version und wir laden uns den Source Code hier runter und dann möchten wir auch bitte, wenn wir das Ganze kompilieren, dass die Tests ausgeführt werden. Deswegen hier unten noch das Do Check. Was macht Nix jetzt mit diesen Anweisungen? Nix baut das Ganze dann in einer Sandbox und kompiliert die Programme in einer, wie gesagt, in einer abgeschotteten Sandbox mit einem komplett leeren Dateisystem, in dem keine irgendwelche Artefakte von vielleicht noch irgendwelchen Spielereien vorher oder von irgendwelchen vorhergegangenen Builds drin sind. Die Sandbox hat auch kein Netzwerk. Das heißt, wir können nicht irgendwie mal zufällig während dem Bild irgendwas aus dem Internet runterladen, was dann vielleicht später zu einer anderen Zeit, wenn wir das Ganze nochmal versuchen, nicht mehr verfügbar ist oder sich geändert hat. Und es ist auch die Zeit in der Sandbox jedes Mal genau die gleiche. Der Unix Timestamp ist auf Null gesetzt. Das heißt, wir kompilieren quasi jedes Mal im Jahr 1970. Das Ganze hat dann den Vorteil, dass wir jedes Mal, wenn wir die gleichen Eingaben in diesen Kompilierungsprozess reingeben, auch wirklich die gleichen Ergebnisse bekommen. Die landen dann in dem global nur lesbaren Nix Store, also unter slash nix slash store und dann ist Teil dieses Pfades auch immer noch ein Hash, der berechnet wird aus den ganzen Dependencies, aus den ganzen Abhängigkeiten und Eingaben, die bei diesem Kompilierungsprozess verwendet wurden. Das hat dann, wie gesagt, den Vorteil, dass es reproduzierbar ist und jedes Mal genau das Gleiche rauskommt, wenn ich das Ganze mehrfach hintereinander mache. Und ich kann auch dadurch Pakete installieren und kompilieren, ohne dass ich Root-Rechte haben muss auf einem System, weil die Sachen nicht irgendwo unter slash etc oder unter slash lib oder so rumschreiben, wo ich normalerweise Root-Rechte zu brauche, sondern weil das Ganze eben über diese Sandbox schön abgeschottet vom restlichen System passiert. Ich kann dadurch auch verschiedene Versionen der gleichen Abhängigkeit oder Bibliothek gleichzeitig installieren, weil die verschiedenen Versionen natürlich dann einen unterschiedlichen Hash bekommen, unterschiedliche Eingabewerte haben und deswegen dann in diesem nix store an unterschiedlichen Pfaden auch letztendlich abgelegt werden und nicht miteinander kollidieren. So, soviel zu nix. Was ist jetzt nix Packages? nix Packages ist das zentrale Paketverzeichnis von der nix Community. Da sind über 80.000 verschiedene Pakete mit dieser nix Sprache paketiert. Das heißt, das ist eine große Ansammlung an Anweisungen, wie ich verschiedenste Softwareprojekte zu kompilieren habe, damit da am Schluss funktionierende Programme bei rauskommen. Das ist alles auf dem Quellcode von den Softwareprojekten basiert. Das heißt, da ist super viel Open Source Software drin und ich kann das dann dementsprechend sehr gut auch anpassen. Also vielleicht kennen manche von euch Gentoo. Da ist das so der Standardansatz, dass ich wirklich mein komplettes System von null auf kompiliere und überall meine ganzen Programme aus dem Source Code mir baue. Aber der Vorteil bei nix source ist und nix Packages, dass ich zwar diese Option habe, mir die Sachen aus dem Source Code zu bauen, aber ich auch, wenn ich einfach nur fertige Binaries haben möchte, diese aus einem zentralen Cache beziehen kann, wo quasi die Programme direkt schon fertig kompiliert zur Verfügung stehen mit einer Standardkonfiguration, so wie es für wahrscheinlich die meisten Personen praktikabel ist. Die ganzen Programme, so wie sie dann in diesem Cache liegen, werden von einem zentralen Bildserver gebaut und dort auch mit Continuous Integration laufend getestet. Das heißt, falls diese Programme irgendwie vor dem Komplierungsprozess irgendwie noch eine Test-Suite haben, dann läuft die immer durch und es gibt auch die Möglichkeit, dann zusätzliche Integration-Tests da noch mit einzubauen, um zum Beispiel zu schauen, kann jetzt irgendwie meine Server-Applikation auch wirklich mit einer Datenbank reden und läuft das dann korrekt, dass ich dann Nutzer anlegen kann und so weiter und so fort. Das wird dann alles immer schön im Verbund getestet. Hier vielleicht noch kurz als Grafik, um mal so ein bisschen einzuschätzen zu können, wie viel sind denn 80.000 Pakete? Wir sehen hier auf diesem Graph unten auf der X-Achse die Anzahl an Paketen in den Repositories und auf der Y-Achse, wie viele neue Pakete ständig dazukommen und wir sehen zum Beispiel irgendwo da in der Mitte Raspbian zum Beispiel, dass die auf Debian basierte Distribution für Raspberry Pi oder wir sehen da unten in der Mitte Ubuntu 2004, Ubuntu 2010 und wir sehen hier ganz rechts das Art User Repository, was bekannt dafür ist, dass da sehr, sehr viele Pakete drin sind und aber ein bisschen weiter links oben Nix Packages Stable und ganz oben rechts in der Ecke Nix Packages Stable. Das ist quasi die Bleeding Edge Version des Nix Packages Repositories, wo ein Haufen Pakete drin sind und auch ständig wirklich neue Pakete dazukommen und die relativ aktuell gehalten werden. So diese ganzen Pakete, die jetzt in diesem Repository drin sind, die werden wie gesagt zentral kompiliert und ich kann sie mir einfach aus dem Cache runterladen, aber vielleicht passt mir das nicht in allen Fällen und dann kann ich, wie bei Gen2 zum Beispiel, für einzelne Pakete sagen, okay, ich möchte dieses Paket jetzt anpassen und mit unterschiedlichen Optionen kompilieren. Also zum Beispiel möchte ich jetzt hier meinen Nginx Web Server mit Debug-Informationen kompilieren. Ich brauche nicht die Perl-Module, die nehmen nur unnötig Platz weg und ich möchte irgendwie anstatt der Standard-Open-SSL-Variante gerne irgendwie ein eigenes Open-SSL, das ich gepatcht habe. Dann sind das hier fünf Zeilen Code und auf einmal habe ich ein komplett eigenes Nginx. Zu guter Letzt Nix-OS. Was ist Nix-OS? Das ist eine Linux-Distribution, die sich jetzt Nix und Nix-Packages zu nutzen macht und die dann zusätzlich zu diesen ganzen Paketen auch noch sogenannte Module bereitstellt, die alle komplett mit Optionen deklarativ konfigurierbar sind. Was hat man sich darunter vorzustellen? Zum Beispiel sowas hier, wo ich angeben kann in einer Textdatei, welche Pakete möchte ich gerne installiert haben. Also in dem Fall zum Beispiel jetzt ein Firefox, ein FF-MPEG und ein LibreOffice. Aber bei dem LibreOffice gehe ich auch wieder hin und über diese Override-Funktion möchte ich mir das noch ein bisschen customisen und sagen, ich brauche keine Hilfe. Die Hilfe nimmt auch wieder nur unnötig viel Platz weg. Ich kenne mich mit LibreOffice aus, sondern weg damit bleibt das ganze, ist das ganze Paket ein bisschen kleiner. Ich kann zum Beispiel auch sagen, wie ich mein Dateisystem-Layout gestaltet haben will und was für Festplatten, was für Hardware, wie formatiert sein soll. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, mein Route-Dateisystem liegt auf diesem Device dev-HDA1 und ja, Data liegt auf dev-HDA2 und ich kann weitere Optionen angeben, wie okay, was für ein Dateisystem ist das und was für Dateisystem-Optionen, wenn das gemountet wird. Ich kann Boot-Optionen konfigurieren. Ich kann zum Beispiel sagen, was für ein Bootloader ich verwenden möchte. Ich kann dann ja so unnötige Späßchen machen, wie die Hintergrundfarbe bei Grub einstellen und so weiter. Ich kann auch BenutzerInnen auf dem Computer deklarativ anlegen, also zum Beispiel mit diesem kleinen Snippet hier wird automatisch ein User Alice angelegt mit der UID 1234 und ich kann Gruppen deklarativ angeben. Ich kann die SSH-Keys deklarativ angeben und damit quasi direkt ein System erzeugen, auf dem dieser Benutzer, diese BenutzerInnen schon vorinstalliert ist sozusagen und sich direkt einloggen kann. Ich kann Programme und Dienste konfigurieren, also zum Beispiel den Nginx-Webserver von vorhin. Den kann ich ganz einfach starten mit einer einzigen Zeile, wenn ich sage, Services Nginx enable is true, dann wird beim nächsten Boot einfach ein Nginx-Webserver gestartet und ich kann den auch deklarativ konfigurieren, also zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt bitte unter der Domain myhost.org dann einen Virtual Host haben, der SSL haben soll. Dann wird automatisch über ACME, über Let's Encrypt ein SSL-Zertifikat erzeugt und dann die Dateien aus dem Pfad slash var slash www slash myhost.org über diesen Nginx-Webserver ausgeliefert. Was ich dann noch mit Nix machen kann, was sehr, sehr cool ist, ich kann mir ja eigene Entwicklungsumgebungen schaffen. Dadurch, dass ich quasi nichts global installieren muss, sondern alles, was ich mir runterlade und installiere in diesem nur lesbaren Nix-Store unter dem Hash liegt, kann ich für einzelne Projekte mir ganz spezifisch die Programme und die Abhängigkeiten, die ich für dieses Projekt brauche, zusammensuchen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich entwickle an einem Python-Projekt, ich brauche für mein Projekt GIT, damit ich das versionieren kann, ich brauche WIM, damit ich einen Editor habe und ich brauche ein Python, bei dem dann Pillow als Abhängigkeit mit installiert ist, dann kann ich das Ganze so in einer Datei festhalten, wenn ich die dann mit Nix ausführe, dann lande ich in einer Umgebung, in der ich GIT, WIM und diese spezifische Python-Version zur Verfügung habe und sobald ich nachher aber wieder diese Umgebung verlasse, ist es so, als hätte ich das alles nie auf meinem Computer installiert. Das heißt, es ist sehr einfach, an verschiedenen Projekten mit unterschiedlichen Abhängigkeiten zu arbeiten, ohne dass man sich das ganze System irgendwie zumüllt und mit Konflikten in den Abhängigkeiten und auch wenn man das Ganze zum Beispiel bei jemand anderes auf dem Rechner dann irgendwie ausprobieren will, ist es auch sehr einfach, wenn man mit dieser Konfiguration einfach auf dem anderen Rechner, solange da nichts installiert ist, mit quasi einer Zeile seine eigene Entwicklungsumgebung wieder hochspinnen kann. Noch ein paar zusätzliche nette Goodies, die dieses ganze System so mit sich bringt. Ja, die Entwicklungsumgebung, die habe ich eben schon angesprochen, die gibt es dann noch ein bisschen weiter ausgebaut, ein bisschen mächtiger, quasi so wie Python Virtual Env, mit dem man sich für ein Projekt eben dann eine spezifische Python Version und spezifische Dependencies konfigurieren kann, aber für alle Programmiersprachen und auch für native Abhängigkeiten, also auch wenn ich irgendwelche C-Bibliotheken da dann noch mit drin habe und irgendwelche Native Bindings, dann ist das alles kein Problem, das kann ich komplett projektprojektabhängig konfigurieren. Ich kann mit Nix Docker Container bauen, die wirklich nur das enthalten, was ich dann auch brauche. Dadurch, dass ich in diesem Bildprozess, in dieser Sandbox immer angeben muss, was meine Abhängigkeiten sind, weil ich zu Bildtime nicht einfach mal eben schnell noch irgendwas aus dem Internet laden kann, ist wirklich von vornherein klar, das, was rein muss, muss ich angeben und dementsprechend ist dann auch nur das drin, was rein muss. Mit normalen Docker Builds hat man öfter das Problem, dass man irgendwie zum Komplieren noch einen Haufen zusätzliches Tooling braucht und nachher aber dann eigentlich das Ergebnis, das Binary Artefakt gar nicht so groß ist, aber der Rest landet trotzdem immer noch im Docker Image, weil man das einfach während dem Bildprozess gebraucht hat. Mit Nix kann man diesem Problem ja sehr gut aus dem Weg gehen und die Docker Container werden für gewöhnlich kleiner als irgendwelche extra optimierten Docker Container mit Alpine Linux zum Beispiel. Man kann auch so, ja, statische, sag ich mal, eigenständige Binarys für quasi alles bauen, was in Nix Packages irgendwo paketiert ist, also ähnlich zu ansonsten irgendwie App Image oder sowas, aber mit einem auch deutlich angenehmeren Workflow. Ich kann auch VM Images bauen, also zum Beispiel für Amazon EC2 oder ich kann für VMware direkt Images bauen und einfach aus meiner deklarativen Konfiguration sagen, okay, ich hätte gerne diese und jene Services da installiert und die sollen dann bitte mit diesen und jenen Konfigurationen starten und ich bekomme genau einfach ein fertiges Image, was ich dann irgendwo bei einem Cloud Provider hochladen kann und dann habe ich da meinen Server. Ich kann auch zum Beispiel mein Root Verzeichnis als temporäres Dateisystem anlegen. Dadurch, dass ich quasi mein komplettes System über diese Textdateien beschrieben habe, kann ich jedes Mal beim Boot neu einfach mein System generieren und muss dann, wenn ich den Rechner runterfahre, mir nichts speichern. Das heißt, ich sage nur, okay, wirklich meine Dateien, meine Daten, also meine Dokumente, die möchte ich gerne auf einem persistenten Dateisystem, so dass ich die auch in der Zukunft noch verwenden kann, aber alle meine Programme, alle meine Konfigurationen, die werde ich eh automatisch generieren aus meiner Nix-Konfiguration. Und dementsprechend brauche ich die nicht und jedes Mal beim Neustart des Computers wird das quasi alles wieder von Grund auf neu generiert und man hat jedes Mal so ein bisschen das Gefühl so, oh, ich habe den Rechner gerade erst neu aufgesetzt. Also so dieses, oh, der Rechner ist mal wieder super langsam und da sind irgendwie ein Haufen Sachen von vor zwei Jahren, wo ich irgendwo mal ein bisschen rumgepfuscht habe. Wahrscheinlich machen die jetzt Probleme. Das ist dann aus der Welt, weil jedes Mal beim Neustart quasi der Rechner von Grund auf neu aufgesetzt wird. Es ist allerdings nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt auch ein paar Herausforderungen, wenn man irgendwie jetzt sich entscheidet, nichts zuerst zu benutzen, ist das erst mal eine ziemliche Umgewöhnung. Es ist sehr anders. Es gibt zum Beispiel nicht die Standard File System Hierarchy, also so wie man das von anderen Linux Distributionen vielleicht gewohnt ist, mit Konfigurationen in slash etc und dann irgendwie state in varlib oder so und die Programme sind einfach alle in diesem NicStore und dann da nur gesymlinkt. Das heißt, sich da zurechtzufinden kann erst mal ein bisschen überfordernd sein vielleicht. Es gibt nicht so super viel und vor allem nicht super aktuelle Dokumentation. Das ganze System entwickelt sich noch relativ schnell und es ist eine relativ kleine Community. Dementsprechend kommt die auch nicht so wirklich hinterher, da umfangreiche Dokumentation zu schreiben, wie das vielleicht bei anderen Projekten der Fall ist. Man kann auch nicht mal eben schnell irgendwie was Unpaketiertes installieren und ausprobieren, weil eben dadurch, dass das ganze System darauf ausgelegt ist, dass die Sachen explizit festgehalten werden und explizit eben in diesem nur lesbaren NicStore landen, muss man wirklich für jede Kleinigkeit effektiv das richtig paketieren. Das kann man jetzt als Vorteil oder als Nachteil sehen. Schnell mal pushen ist eben nicht, aber dafür ist das dann auch relativ ordentlich und unstabil, wenn es denn mal läuft. Ein Problem sind Sicherheitspatches noch, weil man eben auch nicht mal eben so schnell irgendwie eine Version von OpenSSL oder sowas Binary patchen kann und die dann direkt in allen anderen Downstream-Anwendungen, die das dann verwenden, drinläuft, sondern dadurch, dass quasi jedes Programm explizit seine Abhängigkeiten spezifiziert, muss ich dann, wenn ich irgendwo in OpenSSL was ändere, alle Programme, die dann diese OpenSSL-Version benutzen, auch wieder neu kompilieren. Das dauert ein ganzes Weilchen, dementsprechend kann es sein, wenn irgendwie jetzt so ein Hotfix-Sicherheitspatch rauskommt, dass ich erstmal irgendwie zwei, drei Tage warten muss, bis der dann auch wirklich in der Software verfügbar ist, die ich selber benutze. Und das Letzte sind die Nix Flakes, die gerade schon seit, ja, bald zwei Jahren oder so als experimentelles Feature gerade untersucht werden und auch schon von vielen in der Community verwendet werden, die aber auch noch nicht als Stable deklariert sind. Und dementsprechend gibt es gerade noch so zwei Ansätze, den traditionellen Ansatz und den Nix Flakes-Ansatz. Und das ist so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ich steige jetzt ein, entscheide ich mich dann schon, den neuen Ansatz mit Flakes zu gehen oder mache ich das noch so, wie das aktuell irgendwie noch als Stable deklariert ist. Das ist gerade auch noch so ein bisschen ein Problem. Genau, wenn ihr mehr erfahren wollt, habe ich hier noch irgendwie ein paar Links, die ihr euch angucken könnt. Die Slides sind auch alle online. Das heißt, entweder den QR-Code scannen oder den Link aufrufen und ich meine, im Recording seht ihr es dann eh auch. Alles, was so unterpunktet ist, sind Links, die ihr dann noch anklicken könnt mit weiteren Informationen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich genau für eure Aufmerksamkeit. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt, wäre vielleicht noch ganz kurz Zeit. Ansonsten springe ich hier auch noch rum. Danke. Applaus 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 Applaus